Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Power-Podcast-Folge. Heute im Videopodcast tatsächlich. Also falls du auf Spotify hörst, es gibt diese Folge als Videoformat von nun an auch auf YouTube, weil mich die liebe Ricarda darum gebeten hat. Und ich dachte, ja Mensch, ich habe ja damals schon mal angefangen, diese Videopodcast-Folgen auch aufzuzeichnen. Und dann ist es so, versteht ihr, wenn ich hier recorde, und es geht ja um Persönlichkeitsentwicklung und Fitness hier auf diesem Podcast, aber ich teile viele persönliche Sachen. Und ich bereite mich, wie du siehst, auf die Podcast-Folgen wirklich auch immer vor, damit ich dir da so viel Mehrwert wie möglich reinbringen kann und das auch gut strukturiere und nicht einfach drauf losquatsche, so wie in meinem letzten Video. Und meistens kannst du dir das so vorstellen, dass ich sitze und die Augen geschlossen habe und mich mit meinem Herzen connecte und dann rede. Und dann dachte ich, das sieht ja bestimmt total komisch aus, wenn du das filmst und du hast ja die ganze Zeit die Augen zu. Weil ich möchte dir wirklich so diese Energie in den Podcast bringen, wenn man dann die Kamera vor sich hat. Und dann ist es oft so, okay, wie sehe ich aus? Was denken die jetzt von mir, wenn ich jetzt so mache oder so mache? Und ja, aber trotzdem bin ich ja auch auf meinem Weg und ich möchte das jetzt auch starten, hier als Video zu teilen. Deswegen freue ich mich natürlich, wenn du dabei bist und das auch als Video schaust. Und generell freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst, du abonnierst, du mein YouTube abonnierst, damit du immer up to date bist mit den neuen Folgen, weil es wird hier viel Content auch geben in Zukunft. Also auf YouTube gibt es mein Training, mein Essen, mein Eisbaden und auch natürlich viele Themen für die Persönlichkeitsentwicklung. Hier auf dem Podcast teile ich ja eben auch viele persönliche Sachen oder Dinge, wo du mitlernen kannst, mitmachen kannst, damit du eben die Inhalte auch für dich anwendest. Also ja, du kannst gespannt sein, was in nächster Zeit noch auf dich zukommt. Und heute geht es um ein wichtiges Thema. Und zwar, das habe ich jetzt auch in letzter Zeit gemerkt, dass euch das inspiriert und auch interessiert, so diesen eigenen Weg zu gehen, weil ich ja dieses Jahr auch viele neue Dinge gemacht habe, die irgendwie auch, die ich gar nicht so erwartet habe zu tun. Wege gegangen bin, die ich vielleicht vorher gar nicht so geplant habe und da immer mehr meinen eigenen Weg finde. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, darüber zu reden und dir da auch mit Input zu geben, wie du deinen eigenen Weg findest. Und ich werde dir heute, ich habe mir einige Schritte aufgeschrieben, und zwar sind das ja so drei Schritte, die ich dir mitgebe. Und dann wird es auch noch ein bisschen Input zu Herausforderungen geben, also Herausforderungen, die dann auf dich zukommen. Und ja, also damit möchte ich dir helfen, eben auch deinen eigenen Weg zu gehen. Und dazu mal vorab, so als kleines Intro. Ich hatte diese Woche ein Mental Coaching mit einer Athletin von mir. und ich habe gerade im Moment viele Calls, so im Bereich Mental Training mit meinen Kundinnen. Und sie meinte so, Maja, bei dir sieht das immer aus, als hättest du das alles so, ja, in der Hand. Als hättest du alles so im Griff, als würdest du das so von außen sehen, sieht das immer so aus, als wäre das alles super. Und der Podcast hat ja auch im Titel Quarterlife Crisis, weil ich da, glaube ich, drinnen stecke. Aber vor allem, weil ich dir auch und euch auch damit abholen möchte, dass es von außen oft so aussieht, als wäre alles toll, als hätte ich das alles voll im Griff. Aber dieses Jahr oder auch gerade in den letzten Jahren, wo ich halt eben meinen eigenen Weg gegangen bin, ist das überhaupt nicht so im Inneren. Also natürlich zeigt man nach außen immer so die Dinge, die toll sind, die Erfolge. Man versucht natürlich auch, alles im Griff zu haben. Und ich denke auch, dass ich alles im Griff habe. Aber innerlich in mir ist halt voll oft so dieses Chaos und auch eine Form von Hilflosigkeit vielleicht manchmal. Oder ja, letzte Woche habe ich über Traurigkeit gesprochen. Am Ende, du gehst so deinen Weg und du inspirierst auch viele. Und ich merke auch, dass ich sehr viel Feedback bekomme, ob das jetzt von meinen Kundinnen ist oder auf Social Media. Aber trotzdem sitzt du auch oft am Ende des Tages ja alleine da. Weil, weiß ich nicht, aber es ist so, dass man sich dann damit auch oft alleine fühlt und einsam fühlt. Und wenn dann alles aus ist, wenn die Arbeit vorbei, also wenn du ein Feierabend machst und dich nicht ständig beschäftigt hältst, wenn du dein Handy ausmachst und dich ständig weiterentwickelst, du bist dann trotzdem auch oft, habe ich das Gefühl, einsam und allein zu sein. Und das ist auch eben der Preis, den man auch vielleicht dafür zahlt, wenn man so dieses Leben, was ich jetzt eben lebe, auch für sich gewählt hat. Alles hat immer ein Für und Wider und alles hat immer, alles, was du tust, bringt in einem anderen Bereich vielleicht ein Opfer. Oder vielleicht ist das Opfer auch dein Gewinn, weil ich der Meinung bin, dass das alles richtig ist und dass sich das alles overall für mich auch gut anfühlt. Aber was ich dir damit sagen möchte, ist, dass ich definitiv nicht alles im Griff habe, sondern dass sich das ganz oft so anfühlt, als hätte ich das überhaupt gar nicht. Und ich auch gerade nur meinen Weg finde und die Person bin, die das halt eben teilt. Und ich glaube, ganz viele machen das und gehen ihren Weg, auf welche Form auch immer und teilen das halt nicht so. Und deswegen, that's it, wir sind trotzdem, glaube ich, alle irgendwie ähnlich und gleich. Und der Titel Quarterlife Crisis ist auch dafür gedacht, dass ich das Gefühl habe, dass gerade viele in meinem Alter, also Ende 20 oder vielleicht auch Anfang 30, irgendwie das Gefühl haben, der Weg, den ich gehe, ist das überhaupt mein Weg? Ist das überhaupt das, was ich will? Oder bin ich gerade auf einem Weg, wo ich dachte, dass ich ihn will und das ist gar nicht mein Weg? Und ich habe das Gefühl, dass gerade da ganz, ganz viele Menschen drin sind und ich kriege das auch als Feedback. Und da möchte ich einfach Bewusstsein verschaffen und dich erstmal damit abholen, dass das, glaube ich, ein allgemeines Aufwachen ist, in dem wir alle sind, in dem wir alle stecken. Und dass das vielleicht auch für dich jetzt so diese Folge ist, wo du den Mut findest, eben auch deinen eigenen Weg zu gehen und da auch hinzuhören. Und genau, also zum einen ist, glaube ich, erstmal die Frage ganz, ganz tolle wichtig, den eigenen Weg zu finden, zu überlegen, wann gehst du deinen Weg halt eben nicht. Also wann hast du das Gefühl, dass es nicht dein Weg ist, den du gehst. Und ich glaube, und ich korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber ich glaube, dass wir zu einem großen Teil gar nicht unseren Weg gehen. Dass wir einem Weg folgen, wo wir vielleicht denken, dass es unser Weg ist, aber das ist gar nicht, das ist was, was du vielleicht fühlst oder was deine Seele will. Und das ist auch irgendwie schwer, weil ich glaube, dass jede Generation so ihren Purpose hat. Und der Purpose von meinen Großeltern in der Generation oder war einfach das Thema, war Weltkrieg. Mein Opa war noch im Weltkrieg. Danach, also von meinen Eltern jetzt in der Generation, ist es auch die Teilung von Deutschland, DDR und Westdeutschland und einfach eh ein Leben aufzubauen, was, also einfach eine Sicherheit, eine Grundlage zu schaffen für ein Familienleben. Und da hast du vielleicht gar nicht so drüber nachgedacht, was ist da deine berufliche Erfüllung, was ist dein Purpose. Also ich glaube, Generationen vor uns haben einfach gar nicht die Kapazitäten gehabt, diese Sicherheit, diese Stabilität gehabt, darüber nachzudenken. Und die sind halt einfach in vielen Dingen auch gefolgt oder sind mit dem Flow mitgegangen, mit der Entwicklung. Und wir sind jetzt in einer Generation, wir haben von unseren Eltern diese Sicherheit mitbekommen. Ganz ehrlich, es passiert nichts. Also es wird, im Moment, dir kann nichts passieren, wenn du kündigst. Wenn du bist arbeitslos, du wirst nicht auf der Straße leben. Also es kann literally nichts passieren, ja. Es ist schlimm, wenn es nur den Käse von drei Marken gibt im Supermarkt. Das ist ein Problem in unserer Gesellschaft, ja. Das will ich jetzt nicht lächerlich machen, weil wir haben sicher auch Probleme. Aber ich will nur damit sagen, dass es, glaube ich, für unsere Generation auch ein Stück weit normal und okay ist, auf dem Weg zu sein, sich selbst zu finden, Anführungsstrichen, und sich eben diese Fragen zu stellen, weil wir damit ja auch wieder eine Grundlage legen für die nächste Generation, für die nächste Entwicklungsstufe der Menschheit. Und ja, dass es immer ein ständiger Entwicklungsprozess ist und dass man sich diese Fragen auch stellen darf. Weil ich, ich habe zum Beispiel manchmal oft das Gefühl gehabt, dass ich mir diese Fragen gar nicht stellen sollte oder darf. Oder habe mich irgendwie schlecht damit gefühlt, weil ich dachte, okay, vor mir, also die Generationen vor mir haben sich die Fragen auch nicht gestellt. Da war es halt einfach okay, wenn du deinen Job hast und so weiter. Und das ist die Erfüllung gewesen. Und warum fühlst du dich mit diesem Leben nicht so gut? Und warum fühlst du dich mit dieser Vorstellung von dem Leben, fühlst du dich nicht so gut? Und da habe ich mich auch irgendwie verurteilt für, dachte, ich bin undankbar oder so. Und ich glaube einfach, dass es okay ist, dass es okay ist, dass man halt eben dieses Gefühl hat, aber dass es vor allem auch darum geht zu sehen, okay, ist vielleicht genau diese Aufgabe von dir herauszufinden, was du wirklich willst, was dein eigener Weg ist, damit du wieder die Grundlage schaffst für deine Nachkommen, deine Kinder, weil darum geht es ja am Ende. Ja. Und ich glaube auf jeden Fall, dass wir zu einem Großteil unserer Weg erstmal nicht gehen, weil wir Programmen folgen. Also wir haben bestimmte Programme aufgelegt bekommen, wir haben ein Leben vorgelebt bekommen, wir haben auch bestimmte Merkmale, genetische Dinge von unserer, ja, wie soll ich sagen, von unseren Familien und Generationen vorher in uns drinne. Und wir folgen dem halt, das ist unser genetisches Material. Und dann haben wir ein bestimmtes Umfeld, wir sind irgendwo groß geworden, wir haben bestimmte Werte mitbekommen, wir haben bestimmte Möglichkeiten mitbekommen. Und dann ist halt eben auch so alles so, guckst halt sehr, sehr viel nach links und nach rechts und guckst, okay, was ist für dich möglich, was ist so der Weg, dem ich folgen kann. Und dann folgst du diesem Weg und du versuchst halt irgendwie auch zu connecten und so deinen Weg zu finden, aber gehst halt trotzdem irgendwie mit der Masse mit und mit dem, was dir vielleicht auch auf Social Media oder irgendwo propagiert und vorgelebt wird. Und der allererste Schritt, den ich da auch empfehle, um mal einfach zu gucken, was ist denn überhaupt für dich möglich, was ist überhaupt dein Weg und wie kannst du ihn auch für dich herauszufinden, ist mal dein Umfeld zu verlassen. Also einfach auch mal was anderes zu sehen und zu hören. Und für alle, die jetzt gerade vielleicht 18, 19 sind, wenn du diesen Podcast hörst, so, wow, das mache ich nicht cool, hätte ich mir vielleicht auch gewünscht, sowas vorher dann auch mal zu wissen. Aber vor allem mal das Umfeld zu verlassen. Also für mich war das das Beste, was ich hätte machen können, von zu Hause wegzugehen. Und nicht um zu Hause zu verlassen, sondern einfach mal das Umfeld zu verlassen, den Horizont mal zu erweitern, mal andere Menschen kennenzulernen. Und im Studium lernst du so viele Menschen von überall kennen, dass dir erstmal voll viele Türen geöffnet werden und du erstmal siehst, okay, okay, das ist möglich, das ist möglich, das ist möglich. Ja, oder auch generell mal das Land zu verlassen. Also falls du studierst, mach mal ein Auslandssemester. Ja, also verlass bewusst mal dein Umfeld, deine gewohnten Freunde, deine Familie, um einfach auch mal zu sehen, was ist denn da draußen noch. Und du wirst vielleicht Dinge finden, die du auch willst. Du wirst vielleicht Dinge finden, die zu Hause eh gut sind. Das heißt ja nicht, dass zu Hause schlecht ist, sondern einfach, dass du dir mehr Input einfach gibst und dich anderen Situationen aussetzt und dann reinfühlst, und dann kommen wir wieder ins Fühlen rein, wie fühle ich mich mit diesem Weg. Weil für mich, vielleicht hattest du auch diese Aufgabe in der Schule, in der siebten Klasse sollten wir aufschreiben im Englischunterricht, schreib dir einen Brief an ein 30-jähriges Ich. Wie sieht dein Leben da aus? Und ich habe aufgeschrieben, eigentlich habe ich genau das aufgeschrieben, was meine Eltern leben. Ich habe ein Haus, ich habe einen Freund oder einen Mann, vielleicht habe ich ein Kind. Natürlich habe ich schon ein bisschen, ich bin schon erfolgreich und so im Sportbereich vielleicht und so, aber du hast halt so ein bisschen über den Tellerrand geschaut, aber trotzdem war es immer noch derselbe Teller, den du vorgelebt bekommen hast. Nicht, dass es schlecht ist, aber einfach so, du hast gar nicht angefangen, dir deine eigenen Gedanken zu machen. Du hast nur geschaut, was ist für dich möglich und was ist vielleicht ein bisschen mehr. Du hast dir nur nach links und rechts geschaut und von dort aus quasi dich weiterentwickelt, statt deine eigene Kraft quasi weiterzuentwickeln. Und ja, das fand ich total witzig auf jeden Fall. und habe dann aber auch gemerkt, als ich angefangen habe, dieses Leben auch irgendwie für mich zu leben, dass ich das so gar nicht gefühlt habe. Also ich hatte dann auch eine Beziehung zum Ende meiner Schulzeit in meiner Heimat und das war total schön, aber irgendwann hat mir dieser Gedanke einfach total Angst gemacht, genau dieses Leben zu führen, also mit 30 in der Heimat, mit einem Haus, mit dort einem sicheren Job. Ich fand irgendwie die Vorstellung schön für andere, also für meine Familie und so weiter, aber für mich hat mich dieser Gedanke einfach, ich habe das nicht gefühlt und dafür habe ich mich auch irgendwie verurteilt, aber ich habe das einfach nicht gefühlt und deswegen deinen eigenen Weg findest du, wenn du mehr auf deine Gefühle hörst und das muss vielleicht von außen keinen Sinn machen, wenn du etwas fühlst oder nicht fühlst, aber es ist ja, du bist auf dieser Erde, um das meiste aus dir zu machen. Es gibt dich nicht, weil du ein Klon oder eine Kopie oder etwas Gleiches bist wie andere, sondern weil du ganz individuell bist und weil du für dich herausfinden darfst, es ist dein Geschenk herauszufinden, was du willst und deswegen komm ins Fühlen rein. Und das Zweite, also der erste Schritt ist halt erstmal, den ich dir empfehle, dein Umfeld zu verlassen, dir einfach mal anderen Input zu geben. Der zweite Schritt ist, aus welchen Antrieben handelst du? Also guck mal, warum habe ich diesen Job gewählt? Warum bin ich in dieser Sportart? Warum mache ich dies? Warum mache ich das? Aus welchen Antrieben handelst du? Und ich habe halt auch oft gemerkt, und es ist bei mir ein Antrieb, den ich jetzt ganz ehrlich und offen mit dir teile, ist Anerkennung. Ich mache sehr, sehr viel, schon immer, und das hat mit bestimmten Dingen aus meiner Kindheitsschule, bin ich sehr dankbar, dass ich eine Art Therapie oder Coaching gemacht habe, wo wir einfach viele Dinge herausgefunden haben, die Aspekte aus den Gründen, warum du handelst. Und es ist nichts Schlimmes passiert immer in der Kindheit oder so, aber es ist einfach ein Grund, aus dem ich handel, ist immer so diese Anerkennung bekommen. Und da muss ich ganz doll aufpassen, weil ich glaube, zum einen ist das schon gar nicht schlecht. Also klar, wir wollen ja alle, das ist ja auch ein menschlicher Antrieb, einfach Anerkennung zu bekommen, gesehen zu werden. Aber machst du es dann mehr, um gesehen zu werden oder um Anerkennung zu bekommen oder machst du es wirklich für dich? Weil wie geil ist das, wenn du gesehen wirst, weil du Sachen von dir aus machst? Ja, weil dann ist es wirklich etwas, was du willst. Aber wenn du nur, um diese Anerkennung zu bekommen, Dinge tust, glaube ich, dass es irgendwann für dich nicht erfolgreich ist, in dem, wie du dich fühlst. Also du kannst vielleicht trotzdem viel Kohle bekommen, du kannst vielleicht tolle Medaillen bekommen, du kannst von außen viele, viele, viele Dinge haben, die du aber im Inneren dann vielleicht gar nicht so richtig fühlst. Und darum geht es ja dann am Ende, ja, was bringt uns die ganze Asche, wenn wir uns damit nicht gut fühlen, ja. Und ja, deswegen haben sich halt für mich einfach viele, viele Dinge auch dann geändert. Also zum Beispiel die Beziehung, von der ich gesprochen habe, die hat mich dann irgendwann beendet im Studium. Auch weil ich einfach dieses ganze Leben, was damit connected war, was ich mir auch vorgestellt habe für andere, weil ich das schon irgendwie schön fand, den Gedanken, okay, zu Hause und bei meiner Familie und dann kann ich sie unterstützen und so weiter. Ich dann irgendwann gemerkt habe, das ist jetzt aktuell nicht mein Weg und auch mit dieser Person nicht. Und das war dann halt vorbei. Und der nächste Moment, wo ich aufgewacht bin, wo ich gemerkt habe, ich folge hier gerade einer Sache, die ich vielleicht zu 100 Prozent, so wie ich sie gerade mache, nicht fühle, sondern ich habe es vielleicht auch für Anerkennung gemacht, war damals, als ich die Bodybuilding-Klasse gewechselt habe. Also ich war ja in der Physik-Klasse, ich wollte auch Figur machen oder, also ich war ja Figur-Physik-Bodybuilding-Klasse und dann irgendwann habe ich meine Klasse gewechselt zu Bikini. Und ich habe früher mal bei Bikini-Athleten gelacht, aber irgendwann habe ich mich dann gefragt, warum lachst du, also warum findest du das lächerlich oder warum kannst du den nicht ernst nehmen, warum machst du überhaupt die Physik-Klasse und die ist toll und ich habe die auch sehr gefühlt, aber ich habe das vor allem auch gemacht, ein bisschen aus Anerkennung für meinen damaligen Freund dann. Ich hatte eine andere Beziehung und ich wollte ihm immer gefallen und ich wollte immer für den auch sportlich sein, ich wollte für den cool sein, für den stark sein, weil das auch seine Ansprüche an sich waren. Und ich habe das dann gedacht, dass ich das auch machen muss, damit er mich vielleicht mehr sieht oder dass ich mehr Anerkennung auch von ihm bekomme. Und er wollte das vielleicht überhaupt gar nicht und vielleicht fand er das auch gar nicht toll, aber du interpretierst ja manchmal Dinge einfach und denkst ja eigentlich gar nicht drüber nach, warum mache ich das jetzt? Und ja, als die Beziehung dann auch vorbei war, habe ich dann irgendwann auch gemerkt, okay, will ich eigentlich diese Bodybuilding-Klasse oder will ich vielleicht was anderes? Und dann hat mir mein damaliger Coach gesagt, ey, du würdest in der Bikini-Klasse richtig gut aussehen. Und dann dachte ich, hm, fühle ich ja gar nicht die Bikini-Klasse, warum fühlst du sie nicht mehr? Weil das uncool ist. Wer sagt denn, dass es uncool ist? Ich dachte, mein Ex-Freund denkt, dass es uncool ist. Und das Umfeld, in dem ich damals war. Hä, aber was will ich denn eigentlich? Was will ich denn eigentlich? Dann dachte ich, ja, eigentlich finde ich das voll sexy, würde sich bewegen und voll cool und die haben eigentlich voll die schöne Form. Und dann habe ich voll Angst gehabt, zu verkünden, dass die coole, starke Maya in die Bikini-Klasse wechselt und jetzt ein Mädchen ist. Und da habe ich aber auch sehr viel Zuspruch dann auf einmal bekommen. Ja, da kam dann die Anerkennung, aber die kam, weil ich was gemacht habe, was in meinem Herzen war. Und das eben halt auch, ja, ein Grund, also es war auch wieder so ein Aufwachmoment. Und ja, das kannst du vielleicht dich an dieser Stelle mal fragen, warum du Dinge machst und aus welchen Antrieben du halt eben handelst. Und wenn du dann merkst, dass der Antrieb, der von außen kommt, um einer Person zu gefallen, man will seinen Eltern vielleicht gefallen, seinen Partner gefallen, seinen Freundinnen gefallen, seinem Coach gefallen, wie auch immer. Und zu wie viel Antrieb, also wie viel Prozent stecken da wirklich auch von dir drin? Und ich für mich kann einfach sagen, dass ich da aufpassen muss, weil ich dann einfach merke manchmal, treffe ich Entscheidungen und dann stelle ich mir schon vor, wie ich die Anerkennung von meiner Familie zum Beispiel bekomme. Und dann ist das für mich größer, als mich zu fragen, was ich eigentlich will. Und oft bin ich dann so Kopf durch die Wand und dann mache ich das, weil ich dann diese Anerkennung haben will. Aber dann mache ich das ja, weil ich die Anerkennung haben will und gar nicht für mich. Und ein Learning von mir ist dann einfach auch, da nochmal ein, zwei Nächte drüber zu schlafen. Auch wenn es für mich das Allerschwerste ist, durfte ich dieses Jahr lernen. Aber einfach da nochmal ein bisschen innezuhalten und zu gucken, ich schlafe nochmal drüber, gucken, wie sich das morgen anfühlt. Und ja, der dritte Schritt ist, dir eine Frage zu stellen. Weil du merkst jetzt vielleicht, okay, ich will mein Ding machen, ich will vielleicht aus meinem Umfeld mal raus, um was anderes zu sehen. Ich merke, dass ich einen Job habe oder einen Sportart mache oder was auch immer. Zu einem großen Teil aus Anerkennung und, ja, um anderen zu gefallen oder auch um dazuzugehören. Ja, weil wir machen auch viele Dinge, um dazuzugehören. Habe ich heute Morgen beim Laufen übernach gedacht, wie viele Leute machen Crossfit wegen der Community. Und die finden Crossfit vielleicht toll, aber jeder, der Crossfit mal gemacht hat, ist halt einfach ein Pain. Das Workout ist ein absoluter Pain. Aber viele Leute nehmen das in Kauf für die Community. Und dem macht das vielleicht auch ein bisschen Spaß, aber der größere Teil ist halt, dass sie in der Community sind. Und das ist ja auch okay, soweit man eben weiß, du machst es für die Community und nicht, um zu den Games zu fahren. Und dann, oh, jetzt sind meine Manifestationskarten runtergefallen. Wurscht. Du machst es, um dazuzugehören oder auch um in der Community zu sein, aber dann ärgerst du dich vielleicht nicht mehr, weil du bestimmte Ergebnisse nicht hast. Weil das ist ja eben auch so ein Dreher, wenn wir vielleicht Dinge machen aus anderen Antrieben und wir damit auch fein sind, dass es dieser Antrieb ist. Aber dann ärgern wir uns trotzdem, warum wir ein Ergebnis nicht haben, wofür wir vielleicht diesen Antrieb opfern müssten. Aber das Ergebnis ist gar nicht ein Teil unserer Werte und dem, was wir eigentlich wollen. Und dann, hä, warum machst du dann dies oder das? Aber das führt halt eben zur Verwirrung. Und deswegen darf man sich da einfach sich selbst mehr bewusst werden. Und dann ist eben der dritte Punkt, aus welchen Gründen hältst du dich klein? Weil du merkst jetzt wirklich so, du willst deinen Weg gehen, du gehst deinen Weg, der vielleicht gar nicht deiner ist. Was ist dein Weg? Und dann kommt vielleicht für dich auch so dieses, hm, ich könnte ja mehr. Ja, ich könnte mich selbstständig machen. Ich könnte, keine Ahnung, die nächste Stufe, mein Business. Oder ich könnte vielleicht auch gar nicht mehr so in die Klasse skinnen beim Crossfit, weil ich will, ich will vielleicht Leistung haben. Also ich will vielleicht noch mehr, ich will auch auf Wettkampfen sein. Und, oder ich will vielleicht auf die Bühne gehen und, keine Ahnung. Ja, du merkst, du willst mehr. Und auch dieses mehr ist absolut in Ordnung, weil das steckt auch in uns drin. Und das ist voll okay, mehr zu wollen. Ja, ich glaube, dass man sich auch oft dafür verurteilt, aber das ist in uns drin. Schau mal, Blumen, die hören ja auch nicht auf zu wachsen, ohne sich wirklich zu entfalten, ihre tolle, schöne Blume zu haben. Die sagen sich ja auch nicht, oh nee, ich bleibe jetzt einfach klein, damit ich zum Unkraut dazugehöre. Oder zu den anderen dazugehöre, die wachsen ja auch, die müssten sich auch komplett entfalten. Und jeder guckt, wie schön die sind und denkt sich nicht, naja, wärst du mal lieber, wärst du mal wieder ein bisschen langsamer gewachsen, ne? Und so ist das, wir haben alle diese Lebensenergie, die ist in allen von uns drin, das ist auch absolut in Ordnung. Deswegen darf man da auf jeden Fall mal schauen, wo man sich vielleicht klein hält und welche Gründe da eben einfach auch mit reingehören. Und das ist auch wieder dieser Antrieb, Anerkennung, aber aus einem anderen Grund. Du hast Angst vor Ausergrenzung. Also du hast vielleicht Angst, dich weiterzuentwickeln oder etwas mehr aus dir zu machen, weil du Angst hast, dass du dann nicht mehr dazugehörst. Und das ist etwas, was ich auch ganz, ganz doll fühle. Also ich fühle auch viel dieses, also das ist etwas, warum ich mich persönlich auch, glaube ich, oft ausgrenze, weil ich das Gefühl habe, zu viel zu sein für einige, zu ambitioniert zu sein, zu driven, zu diszipliniert, zu leistungsorientiert und dass es nicht okay ist, dass ich so bin. Und ich merke auch und ich weiß auch, dass sich viele da mit dem, wie ich bin, auch ein Stück weit Trigger und die sich damit einfach nicht gut fühlen, auch wenn es gar nicht mein, mein Anspruch, das ist ja gar nicht, warum ich das mache. Ich bin halt einfach so, aber trotzdem denke ich manchmal, dass es nicht okay ist, dass ich so bin und habe dann das Gefühl, ich kann das nicht richtig leben oder ich darf das nicht richtig leben, weil ich dann andere triggern könnte, weil ich dann noch weniger dazugehöre, weil ich dann noch alleiniger bin, weil ich dann, ja, weil andere das einfach nicht verstehen können. Und ich glaube, dass das ganz viele betrifft, die einfach auch so diese Forschen in sich haben, aber auch merken, dass sie damit einfach nicht dazugehören. Und hier ist, glaube ich, der Weg, dafür einfach ein Bewusstsein zu schaffen, warum du dich an der einen oder anderen Stelle vielleicht zurücknimmst und klein hältst und dich auch fragst, wem du damit einen Gefallen tust, also ob du dir damit einen Gefallen tust, weil bringt dir das am Ende was, wenn du dich klein hältst, damit du vielleicht mehr dazugehörst, also wenn du nicht authentisch du bist oder bringt es dir mehr, wirklich du zu sein, authentisch du zu sein und dieses Big Thinking zu haben und meinetwegen viel disziplinierter zu sein als alle aus deinem Umfeld und meinetwegen lieber zu arbeiten und so weiter, wenn du das jetzt gerade fühlst und dann aber die Menschen anzuziehen, die dich genau so lieben und wertschätzen, wie du bist. Und das ist natürlich der Mut, diesen Weg zu gehen und dann dadurch auch erstmal Menschen vielleicht zu verlieren oder zu triggern oder wie auch immer. Ich das vorhin schon gesagt habe oder auch in dem letzten Podcast gesagt habe, dass du einfach diese Phase hast, wo du alleine bist. Aber dass immer mal wieder Menschen kommen, die, also dass du somit den Menschen, die dich kennenlernen, die Chance gibst, dein Real Self quasi zu lieben und dich so zu mögen, wie du auch bist. Und das merkt die Person ja auch, ob du authentisch bist oder nicht, auch wenn sie es vielleicht nicht versteht, aber wenn wir nicht richtig wir sind, aus Angst nicht dazu zu gehören oder anzuecken oder wie auch immer, das merkt unser Gegenüber auf jeden Fall. Und ja, deswegen stell dir immer mal wieder die Frage, was du vielleicht gewinnen kannst und was für einen Mehrwert du auch schaffst, wenn du weitermachst. Also wenn du dich weiterentwickst und wenn du diese größere Version von dir liebst, was kannst du da dazugewinnen und wen kannst du da vielleicht auch in dein Leben lassen und wen kannst du vielleicht inspirieren, welchen Menschen kannst du helfen? Kannst du vielleicht mehr Menschen helfen, wenn du deine wirkliche Persönlichkeit auch auslebst? Ja, oder hilfst du mehr Menschen wirklich ehrlich, wenn du dich klein hältst? Ich habe diese Woche gelebten, dass du der Welt das Beste tust, wenn du das Beste aus dir selbst machst. Ja, kann man mal sacken lassen. So, das sind die drei Schritte. Also Schritt Nummer eins ist dein Umfeld verlassen. Zum zweiten Schritt ist, aus welchen Antrieben handelst du. Und der dritte Schritt ist, aus welchen Gründen hältst du dich klein und dir das wirklich mal bewusst zu machen und dann immer wieder reinzufühlen. Also der vierte Schritt, immer auf dein Bauchgefühl, auf dich, auf deine Gefühle zu hören, wenn du Dinge tust und somit immer mehr herauszufinden, wer du bist. Und dieses The Quarter Life Crisis Überthema ist dann halt eben auch, und so habe ich das jetzt in der letzten Zeit eben auch sehr, sehr doll gefühlt ist, dann merkst du vielleicht irgendwann, okay, ich habe aus diesen Antrieben vielleicht einen Weg verfolgt, das gar nicht meine sind, der gar nicht meiner ist. Okay, dann muss ich das aufhören, dann muss ich damit aufhören, dann muss ich das alles, dann bist du impulsiv und dann willst du es komplett einmal neu machen und dich anders erscheinen. Und dann willst du dann mal ein Hard Reset und dann aber einfach das auch mal sein zu lassen und vielleicht machst du einen Hard Reset in einer bestimmten Sache und dann trittst du drei, vier Schritte zurück und dann merkst du aber vielleicht auch, okay, aber vielleicht war das gar nicht so schlecht, was ich gemacht habe, aber du kannst dann aus einem anderen Antrieb wieder rangehen, weil du hast dann erkannt, okay, den Weg, den ich gegangen bin, wie ich ihnen gegangen bin, aus welchen Antrieben ich ihnen gegangen bin, in dieser und jener Form war vielleicht nicht richtig oder war vielleicht nicht das, was ich richtig fühle, aber wenn ich jetzt erkenne, dass es schon mein Weg ist, ich da aber einfach mit einer anderen Einstellung, mit einer anderen Perspektive reingehen kann, dann ist es schon mein Weg. Die Sache ist halt, von außen machst du vielleicht genau exakt das Gleiche und es hat sich nichts verändert, aber du weißt, ah, okay, das ist jetzt mein Weg, den gehe ich auf diese und jene Art und Weise und ich habe einfach ein Bewusstsein dafür, wann das switcht, wann ich anfange, es für andere zu machen und welche Dinge auch passieren, wie ich sie für andere mache oder wie das dann auch sich für mich anfühlt und aussieht und welche Dinge ich tue, wenn ich es für andere mache, okay? Gut, so, dann kommen die Herausforderungen, die vielleicht auf dich jetzt zukommen. Wenn du das fühlst, dass vielleicht etwas nicht für dich ist oder du diesen Weg nicht gehst oder nicht gehen möchtest oder nicht weitergehen möchtest, denn du gerade gehst, weil du nicht deinen eigenen Weg gehst, dann ist es definitiv so, dass es nicht einfach ist. Also es ist nicht einfach, genau das herauszufinden, weil du dich darüber identifiziert hast, du hast dich darüber definiert und du wirst aber das irgendwann nicht mehr ignorieren können, weil dein Körper und deine Seele und so, wie du dich fühlst, sie einfach so viele Signale geben in Form von Krankheit, Verletzungen, einem schlechten mentalen Gefühl, dass du es nicht mehr ignorieren kannst. Oder du denkst halt, okay, wahrscheinlich bin ich immer bloated. Vielleicht ist es einfach so. Nee, also es ist nicht normal. Also die Abwesenheit von Gesundheit ist nicht normal. Und es ist nicht, weil dein Immunsystem jetzt gerade schwach ist, weil der Herbst ist, sondern es ist etwas, was dich schwach macht. Es ist eine Kombination von deinem Gedanken und deiner Umwelt. Und da darfst du hinschauen, wenn du Signale von deinem Körper bekommst, in welcher Form auch immer. Sie sagen dir ganz, ganz viel. Da darf man hinhören. Die zweite Sache ist, das habe ich vorhin auch schon angesprochen, du wirst dich wahrscheinlich oft alleine fühlen, weil du auf einmal nicht mehr dem folgst, was andere machen. Ich sehe das auch im Bodybuilding viel. Ich glaube, dass viele auch diesen Sport machen oder gar nicht im Bodybuilding, sondern einfach bei vielen Sportarten diesen Weg gehen, diesen Sport machen. Und ich finde es beim Wettkampf Bodybuilding halt eben beachtlich, weil man macht dann vielleicht diese PrEP und geht diesen Weg und so und merkt dann irgendwann, boah, das ist gar nicht meins. Das ist gar nicht meins. Also ich fühle das nicht, aber ich mache das irgendwie, weil alle das machen. Ja, und das ist so, ja, da darf man dann einfach aufpassen und eben auch hinschauen. Und ich glaube, dass deswegen auch viele, dass es unglaublich vielen richtig dolle schwerfällt in der Wettkampfdiät und auch danach. Und dann wird man wieder auf Wettkampfdiät sein und so weiter. Und für mich, als ich erkannt habe, dass ich Bodybuilding wirklich mache, weil ich das, weil ich da Bock, weil ich das fühle, war die Wettkampfdiät die letzten beiden Saisons gar nicht schwer. Also sie war wirklich nicht schwer. Die Gründe, warum es mir jetzt so geht, wie es mir geht und warum ich die Wettkampfdiät abgebrochen habe, das habe ich im letzten YouTube-Video zum Beispiel erzählt. Aber dass das der Weg Bodybuilding meiner ist und dass diese Wettkampfdiäten, dass ich da Bock drauf hatte, das war schon ein innerer Antrieb auf jeden Fall. Aber das, wie ich das gemacht habe und dieser Druck, den ich mir gemacht habe, der war halt nicht richtig. Und der war halt vielleicht auch von außen angetrieben und von außen connected. Und jetzt aber wieder zu mir zu kommen, zu erkennen, ah ja, ich will den Weg weitergehen, aber ich will ihn wirklich weitergehen. Dafür brauche ich jetzt meine Gesundheit. Und ich brauche nicht das, um Bestätigung zu bekommen, sondern einfach, ich mache das für mich. Und um das für mich auch weiterzumachen, brauche ich erstmal die Grundlage, wieder die Gesundheit. Du hast auch währenddessen, du deinen Weg findest, so eine Art Wachstumsschmerzen. Also es wird sich immer mal wieder, wirst du dich lost fühlen, weil jemand neben dir nicht einfach diesen Weg geht. Also es ist dann nicht mehr so dieses, es gibt ja Unternehmen, da hast du diese normalen Entwicklungsstufen. Du fängst an als Mitarbeiter, dann bist du vielleicht Junior, dann bist du Senior, dann bist du Manager, dann bist du blablabla. Also du kannst wahrscheinlich die nächsten 20 Jahre vorausplanen, du weißt, wann du welche Gehaltsstufe er bekommst und so weiter. Und du folgst halt einfach. Und dem Moment, wo du es nicht mehr so fühlst und auch weißt, okay, das ist vielleicht gar nicht mein Weg, ich könnte mich vielleicht woanders für besser entwickeln, kannst du halt nicht mehr diesem natürlichen Weg folgen und das fühlt sich halt immer wieder lost an. Ja, und dann willst du vielleicht wieder zurück, weil das andere war halt viel, viel sicherer für dich. Und da wirst du halt immer wieder zwischen, zwischen dem, will ich jetzt die Sicherheit oder will ich meinen Weg, will ich die Komfortzone oder will ich meinen Weg. Und beides ist auch absolut okay. Aber du darfst halt wissen, dass du Wachstumsschmerzen hast und dass diese Wachstumsschmerzen sich halt einfach nicht gut anfühlen und einfach ungewohnt sind und die auch einfach dazugehören. Genau. Hilfestellung ist, ein bis zwei Mal über bestimmte Entscheidungen zu schlafen. Also ich gebe dir jetzt den Podcast, du hast jetzt vielleicht drüber nachgedacht, dir bestimmte Notizen gemacht und vielleicht bist du dann so wie ich und denkst dir, ich will jetzt was ändern. Also ich muss jetzt was ändern. Dann sage ich dir jetzt mit meinem gereiften ich, schlaf bitte zwei Nächte drüber und guck einfach, was passiert. Wenn du das dann immer noch fühlst, do it, geh, triff diese Entscheidungen, mach eine Veränderung, lenk in diese Richtung ein und guck, wie du dich damit fühlst und was du da auch für Ergebnisse hast, aber so Impulssachen rate ich von ab. Oder mach es und du wirst erkennen, dass du das nicht mehr machen möchtest. Dann, ein weiterer Tipp ist, bild dir ein Support System. Also, ich habe hier so eine Liste mit Menschen, Mentoren, Coaches, Therapeuten, wie auch immer, die in meinem Umfeld sind. Die kriegen von mir in solchen Phasen immer irgendeine Nachricht, irgendeine Frage und ich bin richtig doller dankbar, dass ich diese Menschen in meinem Leben habe und ich die einfach alle drei, vier Monate mal kontaktieren kann und fragen kann und die mir dabei immer mit Rat und Tat zur Seite stehen. Also, frag dich mal, welche Menschen in deinem Umfeld, es müssen gar nicht Freunde sein, aber vielleicht kennst du oder alte Coaches von dir, alte Mentoren, alter Chef von dir, wie auch immer, den du fragen kannst, hey, du, also, ich habe hier mal diese Situation, ich würde gerne einfach mal deinen Rat haben oder ich würde das gerne einfach mal erzählen und du dir einfach von diesen Menschen Input holst und da aber den Input holst von Menschen, die dir wirklich helfen können. also, wo du auch weißt, dass die auch bestimmte Wege gegangen sind, okay, weil wir holen uns vielleicht Rat von Menschen, die können das gar nicht wissen und das ist auch okay, aber wenn du wirklich dich entwickeln möchtest, dann frag Menschen, die vielleicht auch ähnliche Entwicklungen getan haben oder hatten. Dann, ein weiterer Tipp ist, dich immer wieder zu fragen, wer du sein möchtest. Also, das ist ja so diese Grundkernfrage, die ich immer wieder auch stelle, also, wer möchtest du sein und das zu definieren, wie, welche Person möchte ich sein, wie könnte ich jetzt mein eigenes Vorbild sein, was möchte ich mir raten und dann weißt du auch schon, was für dich der richtige Weg ist. Das war für mich so mit dem Abbruch der PrEP. Zu sagen, ey, das fühlt sich so schwer an, aber was würdest du dir gerade sehr, wie wärst du dein eigenes Vorbild und ich wusste schon vor einigen Monaten, dass ich dann die PrEP eben abbrechen würde, aber das wirklich dann zu tun war schwer, aber tief in mir drin wusste ich das schon und deswegen habe ich das dann auch gemacht, ich habe das für mich gemacht und ich glaube, deswegen bekommt es auch gerade so viel Bestätigung von außen, weil es ein Weg ist, den ich authentisch gehe, den ich für mich gemacht habe, den ich für mich gewählt habe. Das von außen Support-Interessenz freut mich auch sehr und deswegen teile ich das hier auch, aber tief in mir drin habe ich das für mich gemacht und weil ich diese Person sein will. und ja, dann, wenn du für dich das auch definiert hast, wo du hin möchtest, wer du sein möchtest und was vielleicht dein Weg ist, dann lass dich nicht ablenken und dann sollte man Social Media abstellen, weil man oft dann ein FOMO kriegt. Ja, also ich, für mich so, ich weiß genau, wo es mit meinem Business und mit meiner Vision hingehen soll, trotzdem, wenn ich dann auf Social Media bin, andere Coaches sehe und so weiter, dann fange ich an, FOMO zu kriegen und denke mir, oh, jetzt muss ich das auch so machen oder ich muss dies machen, das, die haben mir ein ganz anderes Goal als ich. Ja, und das ist vielleicht auch so in deiner körperlichen Transformation, wenn du genau weißt, okay, ich will jetzt dieses Jahr aufbauen und dann siehst du Fitness Girl A und Fitness Girl B, die jetzt gerade wieder auf Diät sind und dann lässt du dich ablenken, weil du FOMO hast, ja, weil du jetzt auch diese Diät haben möchtest und da ist einfach immer wieder wichtig, dich mit dir, mit deinem Nordstern, mit deiner höchsten Version von dir zu verbinden und dafür müssen wir natürlich wissen, wer wir sein wollen, ja, und da einfach immer wieder zu disconnecten und zu sagen, ey, was will ich jetzt eigentlich von mir und ist es vielleicht gut, diese FOMO mal auszustellen und meinem eigenen Weg zu vertrauen, weil ich habe ja aus einem bestimmten Grund diese Veränderung angestrebt, weil du hast ja jetzt, während du diesen Podcast gehört hast und vielleicht auch jetzt in den nächsten Wochen triffst du bestimmte Entscheidungen aus einem Grund, weil da, wo du jetzt stehst, in bestimmten Dingen, ob das in deinem Training, deiner Beziehung, deinem Job, deinem, wo du gerade lebst, wie auch immer ist, gibt es ja einen Grund, warum du da weg willst, warum du etwas verändern möchtest. Deswegen darfst du dich daran immer wieder erinnern und deswegen ist Journalen ganz so wichtig, um sich daran auch immer wieder zu erinnern. So, that's it. Ich hoffe von Herzen, dass du mit diesem Podcast den Mut fährst, wirklich auch deinen eigenen Weg zu gehen und da für dich die Schritte auch gehst und halte mich gerne auf dem Laufenden, schreib mir gerne eine Nachricht oder vielleicht bin ich die Person, die dich motiviert, währenddessen auf deinem Weg zu sein. Natürlich im körperlichen und persönlichen Sinne oder mentalen Sinne begleite ich dich auch gerne eins zu eins im Power Girl Coaching auf deinem Weg zu deiner Bestform, aber auch zu deinem, ja, nicht besten Mindset oder auf dem Weg deinem Mindset auch so zu entwickeln, dass du deinen eigenen Weg gehst, weil das passiert im Power Girl Coaching, fangen die meisten Frauen an zu sagen, oh, ich will eine bessere Form und irgendwann endet es damit, dass sie ein neues Gehalt bekommen, einen neuen Job haben, sich selbstständig machen, weil sie einfach merken, da ist so viel in mir, wenn ich meinem eigenen Weg auch folge und diese Ergebnisse auch ernten kann, aber nichtsdestotrotz möchte ich einfach, dass du, oder wünsche ich mir, dass du den Mut hast, deinen eigenen Weg zu gehen und aber auch weißt, dass das von außen viel, viel toller immer aussieht als innen drin, aber dass sich das trotzdem lohnt, weil ich bin zu tausend Prozent happy, ich bin super stolz auf mein Leben, ich bin super stolz auf mich, ich weiß, dass ich meinen Weg gehe und dass all der Pain, der da mitkommt, dass der das wert ist auf jeden Fall. Also, ja, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, Dankeschön fürs Zuhören, Bussi Baba. Bis zum nächsten Mal.